Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur Stammhallen Jetzt sind wir zwei Minuten Scheint ganz viel da zu sein, oder? Klocken Sie zu Das ist ein dicker. Auch ein kühler Fisch? Räuber? Ja, wenn du möchtest. Pack die Kisten mal. Das ist gleich mal unter Deck. Wenn du ihn angetüddelt hast. Wir müssen hier verschwinden. Das ist gleich. Eine Kisten-Kirche dazugeben. Das ist ganz flach. Die Kisten wieder weg. Eijei 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 Eijei! Fandschneider Ich pack die unter Deck, Robert. Pack die weg. Halt, mach nicht. So, jetzt geh mal rein und dreh das Boot. Dreh das Boot, die Schnur kommt auch in das Boot. Thomas, er ist ja alles voll geparkt. Nee, das Boot dreht nicht. Thomas, er muss rum. So, jetzt mach ich nur die Füße. So, jetzt mach ich nur die Füße. Setz dich hin. Setz dich hin, Thomas. Die Rute, Robert. Ja, jetzt haben wir an. Wann ja trotzdem, ja? Ja. Das muss ich schon noch. Ja? Das muss ich schon noch. Ja, das muss ich schon noch. Wenn sie alles rumrollen und rumbasteln, muss sie auf dem Kutter. Tut mir leid. Ja, das muss ich noch mal so ein paar anstrengen. Aber ich glaube, der Füße kommt trotzdem gleich vorbei. Ja. Aber ich glaube, der Füße kommt trotzdem gleich vorbei. Ja. Auf dem Feuerlöscher. Du müsstest ihn, glaube ich, gleich sehen, Robert. Ich seh ihn schon. Ja, ich kann ihn noch nicht. Ja, bleib ruhig. Ich bin noch nicht fertig. Bleib ruhig. Kannst dich ja mal filmen. Das ist nicht so schlecht, ne? Ne. Setz dich hin, Thomas. Alles von Tüde hier. Das ist nicht ok. Also bekommen. Ja, okay. Ja. Nochmal Spaß! Ja, so wie ich das gesehen habe, war es okay. So, mit dem ganzen einkleidenden Bauwinden und so, was hat es Zeit gekostet. Ja, die fangen leider nicht schneller als schnell. Ja, das ist gut. So, der Fender ist fest, die Kohle ist festgestraubt. Die müssen wir gleich hinterher werfen. Kommt er gut hoch, Robert? Der ist noch nicht so weit. Der Fender 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 ist noch nicht so weit. 3,4 Meter noch. Nicht weiter probieren. Auf dem Seil. Scheiße. Ist gut. Das ist schon mal schön durch. Der Power, wa? Ja. Das ist gut, der Junge. Ja, krass. Du brauchst meine Hilfe, oder? Dann müssen wir die nicht auskippen. Ja, ja, nein. Das ist so offen. Ja. Ich bin ja auch bei Hausliebeln jetzt hier. Ich bin ja auch bei Hausliebeln jetzt hier. Ja, okay. Ja, okay. Geil! Ich zitt immer noch. Wie geil ist das denn gewesen? Die ging gut ab, ne? Junge! Stefan, das war ne richtige Rakete, was? Ja. Der ging ja ab wie die Feuerwehr. Seelachs. Und der funktioniert auch. Die man seit gesehen hat. Ja, also hier. Mal gesehen. 350 Gramm. Seelachs und Spitze. It works. Da muss ich doch glatt nochmal ein Stück weiter zurück gehen. Da muss ich doch glatt nochmal ein Stück weiter zurück gehen. Fuck off! Ich glaube nicht. Ich bin doch weinig. Es ist ein Stück weit zu wenig. Ich bin ja so drittsäum. Ich bin ja so drittet. Ich bin ja so dritt.